hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rom 2 mit makedonien und warte tschuldigung ich muss mal kurz das mikro richten wie ihr seht sind wir schon enorm weit jetzt wenn wir auf jeden fall hier weiter an die nordsee gelangen beziehungsweise an die ostsee und dann hier werden wir alexandria zurückholen ja also lange wird das wird das game nicht mehr gehen oder die folge also nicht die folge wie sollte ich das eigentlich nennen also makedonien die die kampagne die kampagne wird nicht mehr lange laufen würde ich sagen so wahrscheinlich noch so drei vier fünf runden je nachdem wie wie einfallsreich die gegner sind so ich glaube dann ja gut also du dir da du geben was hier ist weiter richtung monstrick du du also dieser wird mons regios und dann asko karlis einnehmen und die der alex also alexander stolz wird dann hier die budo chris angreifen kann ich sogar jetzt schon machen ja nix runde nächste runde dann haben wir noch haben wir weniger verluste so dann du wirst du du bist unser kumpel ich könnte hier angreifen weil die sind ja im gewaltmarsch ziemlich attraktiv nacht angriff bisschen besser für uns ist aber trotzdem noch relativ ausgeglichen deswegen nacht angriffe waren eher seltener das war also vor allen dingen bei großen schlachten weil dadurch ging die ging die friendly feier also die die dadurch war es sehr sehr gefährlich für die einheiten und beziehung also für die für die soldaten zwischen freund und feind zu unterscheiden und deswegen deswegen war das eher selten warte denn die drei gehen da hinten hin und die zwei gehen hier vorne das nähert sich feindliche unterstützung so so sieht das also aus um nun 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 die tue kann jetzt nach da natürlich hier jetzt blüht dass ich hier nur zwei ich habe so kann mal ein bisschen frosch holen so 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 gut also wir müssen versuchen hier einen kai reinzubringen deswegen werde ich mit denen auch hier hingehen mit denen werde ich dann so gut ich bin glücklich dem volk zu dienen königlich gefällt das fett doch mit der geschwindigkeit nach kopf zu fett so die beiden machen auch die pieken an bereit so die gehen jetzt auch dahin das sind schon die ersten Schüsse zu hören das passt schon das passt schon okay die habe ich beide nicht ärgerlich das passt schon du könntest von hinten rein das könnte ich natürlich eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht gut gut da sind sogar das sind ja sogar noch zwei drei sogar sehr schön die hier kann ich halt nicht rein ich kann nicht hier nur stehen bleiben um die bedrohung auf unsere einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht damit er hier jetzt nicht einfach weg geht und mir irgendwie in den rücken fällt die hier der wir und unsere einheiten hat ihre gesamte munition verbrauchen Ich könnte hier aber auch noch da gehen. Da kann ich hier auf jeden Fall... also die schaffen das schon alleine. Die schaffen das schon. Also, da geht's noch gut. Hier geht's auch noch wunderbar. Jetzt sieht schon nicht mehr ganz gut aus. Okay, jetzt gehe ich da mal raus. Der macht sich mal ein bisschen... Das ist ein bisschen schwerer. Der kann... Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht was da passiert ist. Irgendwie checkt er nicht wie das mit den Schiffen geht. Hier ist auch alles noch relativ in Ordnung. Okay. Okay. So. Hier geht's weiter. Die bleiben noch so da stehen. So. Das läuft ganz gut. Okay. Der charged war schon mal not bad. Und dasselbe mache ich jetzt hier. Ja. So. Die kommen jetzt auch vor. Die Pater kommen jetzt auch. Die Pater kommen jetzt auch. Den geht alle noch gut. Der kommt jetzt hierher. Okay. Jetzt ist die Frage was er hier mit den Schiffen macht. Er macht überhaupt nichts. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Vielleicht checkt er das sobald wir hier das die Dorfmitte angenommen haben. Ah. Der General habe ich ja auch noch. Wunderbar. Ah. Der General darf die Snacken. Die kommen da hin. Die kommen da hin. Der kommt hier hin. Die kommen da 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 hin. Und die kommen da hin. Und die kommen da hin. Hier tagt er das. Ja jetzt checkt das. Sehr schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Okay. Der Strand ist jetzt hier. Und kommt wahrscheinlich hier hin. Die stranden alle hier und kommen wahrscheinlich nach da. Aber der kommt natürlich wieder einzeln. Und fast sehr clever ist. Der General. Wie hat. Wie hat er so viel da verloren? Der hat eine fliegende Gruppe angegriffen. Ach. He. Hä. Was ist das denn? Krass, die, die waren ja heftig versteckt, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, hier kommen wirklich alle hin. Das war aber, ja, alle kommen einzeln hin und das macht natürlich nicht sehr in Große, also in kein Großen, ähm, ja, das ist, äh, mehr oder weniger egal, also, die können nicht wirklich angreifen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und die da machen jetzt einen schönen Amboss, beziehungsweise, äh, die Pekiniere sind, äh, sind der Amboss und die Pferde werden zum Hammer. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, ist das schon okay. Oh, hey. Wir sind Eidgeschwone, das ist natürlich nicht so gut, nicht? Aber das, äh, war gut von ihm, hier zu, zu sichern, aber nicht mit den Eidgeschworenen. Also, da hätte ich, äh, eher, ja, eine andere Einheit genommen. Also, Speereinheit, defensive Einheit. Weil die Eidgeschworenen, äh, sind, sind ziemlich gute, äh, ähm, ja, aggressive Einheiten. Ja, noch, äh, geht's denen gut. Noch geht's denen gut. Wie, äh, wie geht's denen? Wie, äh, wie geht's denen? Wie, äh, wie geht's denen? Die, äh, können sich mal ausmachen. Die, äh, können sich mal ausmachen. Die kann sich mal ausmachen. Die kann sich mal ausmachen. Die, äh, können sich mal ausmachen. Die muss man aufmachen. Die kann sich mal ausmachen. Die kann sich mal ausmachen. Dann können sich mal ausmachen. Die kann sich ja ausmachen. Dann geht's manchmal ausmachen. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also ein großer Fehler war einfach, dass erstens, ja, er hat halt ja, er hat das mit den Einheiten relativ schlecht gemacht. Beziehungsweise er, ja, er konnte nichts anderes machen. Er hat ja, das mit den Schiffen, die sind rumgepackt. Da könnte er nicht viel machen. Ähm, ja. Ich meine, jetzt sind die ja immer noch nicht ganz so voll unterwegs. Vielleicht können die ein paar selben machen, damit die dann endlich fliehen. hoi. So, ähm, landen sie landen sie landen schön und fliegen gleich ja ist also was passiert leider auch alle treten 3 8 haben wir getötet all der dritte 400 die haben auch ein 100 1 2 300 hat er gehen die war ja tüchtig hier die waren ja tüchtig so gut bitte eine landwirtschaftliche machen wir mal das und hier weg so was machst du könntest hier wieder nähe dass das macht schon machen schon die und gehst du dann hier hinten da hoch könntest du eigentlich machen oder du blau wenn du bleibst gerade mal da du hast Prozent kampfgeist um die Hallen du du gehen kannst hier mehr auszeit das was nicht keine Ahnung was du machst allgenauern das mache ich dann gleich das mache ich jetzt automatisch gut das passt alles noch ich habe ich ja gemufft du wirst erst Prozent ein paar Runden gemufft was für eine Armee ist das das ist die Kavallerie Armee also wird alles auf die Kavallerie gesetzt ja sehr schön genau euch beide werde ich dann töten also nicht töten sondern ich werde versuchen etwas mit euch zu machen so ich glaube das ist am besten gerade wenn ich Petra wieder erobern weil Jerusalem ist jetzt nicht so der Prozent Prozent die beste Verteidigungslinie würde ich mal behaupten der hat es vollkommen vernichtet also geblündert hat er das Scherz Scherzkeks so dann schau ich mal was Sabba hat so hat man hier noch gar nichts in zwei Runden kann ich dann nicht hier weitermachen du bekommst auf jeden Fall hier nochmal Boni du bist halt auch schon 57 und wirst jetzt noch gelagert von so einer Armee die Frage ist das ist bitter das ist bitter das ist bitter sieben Runden sieben Runden halte ich noch aus okay alles klar okay dann was ist die Runde das sind alles nicht meine gut dann es gibt eine Zeit wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken entweder Klientel oder gar nicht und was willst du jetzt meinst du wirklich du gewinnst es also erstens ich habe zwei Pekingiere wir sind in der Stadt und ich habe also zwei Pekingiere und zwei Kavallerie du kannst mir doch nicht erzählen dass der das gewinnt wahrscheinlich allein weil der der fette Schwertkämpfer hier ist das kann er mir doch nicht erzählen hier sein Vorteil ist natürlich dass er dass er mich umkreisen könnte 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 hier auf jeden Fall auch also hier habe ich halt den High Ground was auf jeden Fall was wert ist ich muss mal kurz schauen wo es am besten wäre dass ich mich aufstelle ich glaube dass das beste ist wirklich hier und so die Kavallerie bleibt hier und strike dann die ganze Zeit im in den Rücken beziehungsweise die Fernkämpfer während die im Weg frühstücken und an sich sind ja wirklich die Fernkämpfer die größte Gefahr das sind Steilschleiderer und das sind unser General wird angegriffen kaltische Jugendliche denn die sind mitunter am gefährlichsten weil die um ja haben schwer und die machen aber sieht man schon der hat einmal geworfen und hat gleich einen Kill gemacht das ist natürlich jetzt nervig dass die freien Herbanden zu mir kommen aber warte die kann ich einfach vernichten so die halten noch ein bisschen aus und die reiten dann einfach weiter bitte zuerst auf die Sperrkämpfer weil wie gesagt die sind die die am meisten Damage machen wie gesagt ich verstehe nicht wie er gewinnen will also hier macht er zwar schon guten Schaden das stimmt aber das war es dann auch schon also ich meine wenn hier die Piken alleine wären dann hätte er eine Chance eine sehr gute Chance alleine wegen den Fernkämpfern aber so wie soll er da eine Chance haben vor allem vor allem hier nehme ich ihnen jetzt in den Mangel und die da wissen auch nicht was sie machen sollen außer nackt sein und jetzt mache ich den Amboss Hammer und Amboss und dann ist seine Hauptarmee weg und die da sind total wurscht so jetzt gehen die mal raus und gleich gehen sie wieder rein ich meine die haben ja nur die waren ja nur rot also so bitte raus danke da muss ich mich jetzt wieder formieren ähm wo ist runter mit der Vergasse wo ist runter mit der Vergasse so und nochmal von beiden Seiten fortfahren ich muss den töten so gut so gut so wo ist der General so ja ja äh ja genau äh hier die haben 17 gekillt er hat 82 gekillt äh die sind auch sehr gut gegen äh verlangt sind weil die sich äh sehr schnell äh durch erkannt können aber ja ich hatte Kamellerie also wenn er noch zwei Einheiten hätte gehabt hätte die voll gewesen wären dann sehe es schon anders aus dann sehe es schon anders aus aber so warum habt ihr nicht bei euren Freunden Hilfe gegen diese Leute ersucht wir stehen bereit gallische Konföderation äh weil ich keine Hilfe brauche wir können doch von euch aus ähm die angreifen habe ich keinen Stress mit aber die wir gefragt hat so von wegen ja hätte er uns doch einfach fragen können nehmt diesen Zuschauern nöö ihr seid tot Ihr habt äh Alexandria ROM Zwar mit äh meinen Fehler aber ee Nee, nee, nee Petsche Tyroi. Allein, also selbst ohne die Riesenballiste hätte er Haushoch gewonnen. Weil die sind einfach mega gut gegen Rüstung. An sich, wenn man so also bei so einer Schlacht, also ist ja eigentlich keine Schlacht, ist ja nur ein Geplänkel eigentlich. Bei so einem Geplänkel, wenn man das sicher spielen will kann man einfach ja, total easy die ganzen Fernkämpfer kämpfen lassen und das war's dann. Umsturz Garnison, ist egal Fallenverwundet, Sezession Indische Indische Hahahaha Hä? Wieso? Hä? Wieso da? Ich hab doch nachgeschaut die Inder? Die Inder, die hatten doch Achso, ja, jetzt nicht mehr, ne? Die hatten doch nur da oben eins Ach, die Inder, ne? Ich wollte die Inder töten, aber ist egal. Ähm, aber wo haben die Inder jetzt, ähm, ihre Armeen? Makedonische Abtrünnige und Makedonische Abtrünnige. Ach, das ist jetzt eine Fraktion, aha! Ja, das ist ja interessant Warte, ich schau mal, ob ich hier Ne, kann ich nicht Kann ich nicht, na gut Ähm Ja, dann, äh, schmeiß ich mal Nabatea von diesen Abkontinent, äh, runter So, Zivile So Genau So, ähm, dann würde ich sagen den Rest schauen wir uns dann das nächste Mal an Und, äh Ah, okay doch, die, die haben das schon doch bekommen Okay, alles klar Gut Dann, äh, ja immer noch Danke fürs Zuschauen Und, äh, ja Hoffentlich habt ihr einen tollen Tag Bis zum nächsten Mal Macht's gut! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal